Moin Pyros, heute für euch im Test die Elementum von PyroWeb der Eigenserie von denen. Hat 144 Schuss, 1800 Gramm NEM, brennt ganze 72 Sekunden und mit dem Kalibra 25 Millimeter. Solltet ihr auch eigentlich ganz gut scheppern, denke ich mal. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Im Testvideos bisher konnten sie mich noch nicht ganz überzeugen, aber vielleicht sieht das ja live ganz anders aus. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim Test. PyroWeb Elementum. Las Brennenkarren. Das ist ein Maschinen, Gerhardio. Das war's. Geiles Teil. Geiles Teil.